Musik Ich zeige dir jetzt, wie du den Flohwalzer spielst. Dafür brauchst du überhaupt keine Vorkenntnisse. Musik Musik Das war's! Das zeige ich dir jetzt. Also, du brauchst die Note nicht lesen zu können, überhaupt nicht. Du musst nur sehen, es gibt zwei Gruppen, wie die da. Und drei Gruppen, wie die da. Also, du musst das wirklich gut sehen. Es sind immer drei schwarzen, dann zwei, dann drei schwarzen, dann zwei und so weiter. So, die rechte Hand stellst du hier mit diesen zwei Fingern da, stellst du hier auf die Zweiertasten. Du kannst es hier, so wie ich, in der Mitte vom Klavier spielen oder woanders. Es ist egal. Und dann fängst du an. Mittelfinger, Zeigefinger. Und jetzt mit dem Zeigefinger von der linken Hand drückst du die erste von den Dreiertasten da. Also, diese schwarze hier. Nacheinander. Und dann drückst du diese zwei hier zusammen. Zweimal drücken und dann noch einmal das Gleiche. Und jetzt nochmal anfangen. Und jetzt, Achtung, nächste links und wieder nächste links. Und jetzt drückst du, ich rutsche zur Mitte ein bisschen zu den weißen Tasten. Innerhalb, so wie bei einem Trichter. Nochmal von vorne. Jetzt mache ich links, rechts, links, rechts, links und jetzt Trichter auf die weißen. Jetzt gehe ich zurück. Achtung. Ich mache wieder so. Zweimal. Zweimal. Jetzt gehe ich hinauf. Noch einmal. Und jetzt gehe ich wieder hinauf zu den schwarzen. Zweimal. Das ist der erste Schritt. Ich spiele es noch einmal. Zweimal. Zweimal. Jetzt nach unten. Nur einmal. Zweimal auf die weißen. Zweimal. Zweimal. Jetzt wieder nach oben. Nur einmal. Und hinauf. Das letzte Mal. Und jetzt wird es wiederholt. Das ist der zweite Schritt. Schritt. Nur hier oben. Ich kreuze die Hände. Also ich gehe mit meiner linken Hand über der rechten Hand. Und mache das gleiche. Ich fange aber diesmal hier auf dieser schwarzen Tast. Das ist die dritte von den Dreier da. Siehst du das? 1, 2, 3. Ich spiele das gleiche. Zweimal. Jetzt nur einmal. Und ich gehe hinauf. Und jetzt zweimal hier unten auf die weißen Tasten. Und wieder zweimal. Und jetzt gehe ich runter. Also wieder zurück. Und nur einmal drücken. Genau das gleiche wie vorher noch eben gekreuzt. So. Nochmal dieser zweite Schritt. Zweimal. Zweimal. Nur einmal. Zweimal hier jetzt auf die weißen. Zweimal. Jetzt nur einmal unten zurück. Und zweimal wieder hinauf auf die schwarzen. Jetzt erster und zweiter Schritt hintereinander. Dann kommt noch ein dritter Schritt für die ganz weißigen. Das geht jetzt einfach nur schneller. Schau mal. Jetzt gehe ich gleich tiefer. Und gleich wieder hinauf. Hast du verstanden? Mach mal das. Einmal gleich tiefer. Und gleich hinauf. Und jetzt das selbe hier oben. Gleich hinauf. Gleich hinauf. Und gleich hinunter. Das war schon das ganze Lied. Also nochmal alles. Alles. Und schnell. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Uhr. Hier ist mit roof. Vielen Dank.